Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Du existierst jetzt in der fünften Dimension. Laura Pleiadian, 26.02.2018 Übersetzt von Al-Tana Erinnere dich daran, dass du jetzt in der fünften Dimension existierst. Du existierst jetzt in allen Dimensionen. Dein göttlicher Bauplan wird jetzt aktiviert. Geboren als deine Seelensternmatrix. Deine einzigartige Frequenz des Quelllichts. Du existierst immer noch als diese jetzt. Dies ist dein Ursprungslicht. Dein höheres Selbst existiert jetzt. Dein höheres Selbst ist multidimensional und mit dir als deine Gegenwart in allen Dimensionen des Bewusstseins. Du bist nicht und warst auch nie von deinem höheren Lichtwesen getrennt. Es ist nur ein Konzept durch Frequenzbewusstsein, das es dir erlaubt zu glauben, dass du von den Versionen der höheren Dimension von dir getrennt bist. Der Tod braucht nicht einzutreten, um sich selbst in allen Dimensionen zu erfahren. Der Übergang des Bewusstseins von einer Form in ein formloses Bewusstsein muss nicht zwangsläufig einen sogenannten Tod in Form beinhalten. Dieser formlose Zustand deines originalen Lichts existiert jetzt und immer. Dein Aufstieg ist deine Bewusstseinserweiterung und Ausrichtung auf die jetzt existierenden höheren dimensionalen Aspekte von dir, was alle Aspekte deines Bewusstseins und deiner Frequenz transformiert. Zurück zu deinem ursprünglichen Licht, was jetzt multidimensional ist. Es ist das Bewusstsein, das sozusagen die Form bewohnt und den perfekten Spiegel deines Frequenzbewusstseins schafft. Deine Form ist in deinem Bewusstsein auf den höheren Ebenen deines wahren, ewigen Selbstsein. Jetzt ist alles Licht. Wenn du diese Vereinigung erfährst, Verschmelzen von Aspekten deines bereits vorhandenen Selbst erfährst, lebst du in den höheren Dimensionen jetzt als deine Realität. Dieses Erdenleben dient der Verschmelzung der vielen höheren Aspekte von dir. Es ist schon da. So, als ob du jetzt Atlantis betrittst, Ägypten betrittst und die Hallen von Amenti betrittst. Jetzt geht es in das sogenannte Jahr 2050. Es existiert alles jetzt. Es sind Bewusstseinszustände. Dein multidimensionales Selbst, jetzt weiß das. Denke daran, du richtest dich jetzt aus. Verschmelzt all die vielen Aspekte von dir in das Bewusstsein des Alles von dir. Überall und jetzt. Dies und das ist dein Aufstieg. Durch dein Herz. Erlaube dir, dies zu fühlen. Das Erkennen der Erfahrung der Angst, der Traurigkeit, sind Aspekte, die im Licht der Herrlichkeit aufgelöst werden. Alles jetzt. Im immerwährenden Licht von allem, das ist, mit dem göttlichen Rat der Aufseher hier und jetzt. Alles jetzt verschmelzen, als die Ausdehnung deines Lichts, um jetzt ganz konkret dein aufgestiegenes Selbst als Realität zu sein. In Liebe. 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 Vielen Dank.